Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Zwei-Tages-Botschaften-Orakel für heute und für morgen. Natürlich sind heute die Lennys wieder dran, drei Karten ziehen wir da raus, dann eine Krafttierkarte vom lieben Thomas Raschke und dann natürlich noch eine Energiekarte abrundend auch für die ganzen Botschaften dann auch. Und natürlich soll sie uns auch viel Energie bringen, denn das ist natürlich immer sehr, sehr brauchbar, gerade für einen Wochenstart, wenn du es heute am Motor schaust. Wenn du es heute direkt schaust, dann sind wir schon im neuen Monat, im Oktober, aber wir haben ja morgen Feiertag und viele haben heute vielleicht auch Brückentag, verlängertes Wochenende. Genießt die Zeit, Me-Time, genießt die Zeit mit lieben Menschen oder mit euch, gönnt euch was, ganz, ganz wichtig und habt vor allen Dingen morgen auch einen schönen Feiertag dann auch. Wenn du es heute schaust. Ansonsten, wie gesagt, das Video ist immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, vielleicht schaust du es auch erst, keine Ahnung, irgendwann mal im Februar, dann gilt es für heute und für morgen. Genau, so, ich würde sagen, wir starten jetzt zwischendurch. Wenn ihr so lieb seid, dürft ihr natürlich ein kostenloses Abo hinterlassen und ihr dürft natürlich auch alle dem Video einen Daumen schon mal nach oben geben, wenn ihr schon die Erfahrungen mit mir gemacht habt und mir im Vorfeld schon den Bonus gibt, aber natürlich auch gerne im Nachgang. Ich freue mich über den Daumen, mega. Ja, deswegen über den Support vor allen Dingen. Vielen lieben Dank auch dafür. So, jetzt gucken wir uns aber an, was wir für heute und für morgen, wenn ihr es ja direkt schaut, für vielleicht den Brückentag heute bei manchen und natürlich auch für den Feiertag. So, jetzt haben wir hier eine Karte, zweite Karte, dritte Karte, da haben wir den Turm, na, wir wollen jetzt hier nicht hoch, da haben wir den Schlüssel und das Schiff, okay. Ja, zum einen, mit Unternehmen, vielleicht laufen Bewerbungen gerade, ne, bei euch oder in der Selbstständigkeit will man Fuß fassen oder endlich neue Aufträge generieren oder von Behörden erwartet man irgendwelche Zusagen, Bewilligungen, Gelder, etc. Ja, hier ist der Sicherheitsschlüssel dran. Mit peu a peu geht es in Bewegung. Und das Schiff ist leider nicht der Schnellste, kann sein, dass hier noch Klärungen anstehen, aber dann schaut halt, ne, kann sein, dass die Einladung noch ein bisschen sich zieht, aber ihr habt schon vielleicht positives Feedback vom Vorstellungsgespräch oder ihr werdet zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ne, was noch ein bisschen länger noch in der Zukunft ist. Manchmal, manche Unternehmen brauchen ja ein bisschen länger, bis sie alle Ansprechpartner dann zusammen terminiert haben, ne, das heißt nicht, dass man dann oftmals nächste Woche schon oder morgen einen Termin bekommt. Manchmal auch jetzt in drei, vier Wochen, aber mit Sicherheit geht es jetzt vorwärts, ne, und das finde ich gut, auch bei Aufträgen, bei Behörden, Geschichten, etc., ne, auch bei den Selbstständigen. Auf der anderen Seite finde ich es auch total schön, ich habe ja vorhin gesagt, auch wenn ihr morgen frei habt, ähm, Brückentag habt heute und verlängertes Wochenende und, ja, ihr seid so ein bisschen, ne, der Turm sagt ja auch immer so, man ist ein bisschen isoliert, man ist mal für sich, man lässt vielleicht noch einiges rum passieren, ne, wir haben jetzt in Oktober, der ist ja gestartet, ähm, gestern und vielleicht hat man so viele Gedanken, ne, man denkt sich, oh, das letzte Vierteljahr ist jetzt angebrochen von 2023, was darf noch kommen, was soll noch kommen, was soll weg, ne, ne, wovon will ich mich auch vielleicht trennen, auch ganz wichtiger Sicherheitsschlüsse, schließt eine Türe und öffnet sie auch, ne, und dann geht es auch peu a peu auch in die Bewegung, ne, Schiffs sind auch unsere Sehnsüchte, ne, was wollen wir noch, auch ganz wichtig, ne, es ist kein Intercity, also braucht ein bisschen länger, aber es heißt schon, es kommt in Bewegung, ne, weil letztendlich ein Schiff hat verschiedene, ähm, Wetterverhältnisse zu durchstehen, Windstärken auch und deswegen ist nicht immer alles mal so reibungslos, aber es geht vorwärts, ne, und das ist auch wieder etwas, ne, so ein Prozess, um, dass wir vielleicht mal ein bisschen in uns, jetzt in der Zeit, jetzt, wenn wir die Zeit dazu haben, in uns gehen und schauen einfach, ne, oder auch sagen, nee, ich will nicht mehr alleine sein, ne, ich will nicht mehr getrennt sein, vielleicht auch bei Trennungen von Herzmenschen, Freunden, Familien, wie auch immer, ne, wo man sagt, na, ich mache jetzt doch einen Schritt auf ihn oder sie zu, ne, also zu, bis den mag ich nicht, vielleicht hin, ne, sagen wir mal so, wir haben einen Schritt nach vorne hin und öffne mich und, ähm, mit Sicherheit öffnet sich dann auch eine neue Türe. Oftmals nicht von jetzt auf gleich, wenn da Themen da waren, die bearbeitet werden, ja, sollen, müssen, dürfen, ne, da muss man nochmal hinschauen, dann geht es peu a peu, aber die Sehnsüchte, die man diesbezüglich dann auch hat, die können dann gestillt werden, weil man im Endeffekt drüber spricht halt auch, ne, und da macht man auch seine Fortschritte, auf jeden Fall, genau, das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Der Sichertür ist es in der Mitte, das heißt, es ergibt uns wirklich auch nochmal, ne, so diesen Halt, dass das hier, ich sag jetzt mal, weg kann, ne, wenn es in dieser Situation ist und das Neue geht in die Bewegung, es öffnet die neue Türe. Aber auch, wie ich vorhin sagte, ne, von Behörden oder von Arbeitgebern oder auch bei Selbstständigen auch, wenn da Themen sind, die halt in Erklärung sind, wo man drauf wartet, wie auch immer, das könnte auch eine Hausverwaltung sein, dass ihr wartet auf eine Zusage für eine Wohnung, für ein Haus oder möchtet gerne endlich, ne, auch mal die Chance haben, irgendwas zu besichtigen und so, weil vorher immer nur Absagen da waren, das kann auch sein, dass hier jetzt die Möglichkeit ist und peu a peu findet sich das. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ne, ich habe ja vorhin gesagt, auch wir finden uns eine Reise zu uns selbst, das Schiff ist auch eine Reisekarte und es kann auch gut sein, dass man endlich auch eine Klärung hat, ne, ich sag jetzt auch mal, für sich selber auch und, ja, und dann geht es auch vorwärts, ne. Und noch eine Möglichkeit wäre auch, dass man auch sagt, okay, jetzt, ich mache den Schritt jetzt nach vorne, ich nehme das letzte Vierteljahr nochmal wirklich dazu, um noch verschiedene Veränderungen auch voranzubringen, vielleicht auch Projekte etc. pp. für mich auch und möchte auch endlich mich mal wieder zeigen, möchte wieder leben und dass man dann vielleicht auch sagt, ich mache eine Reise, gar nicht nur die Findungsreise zu dich selbst, sondern man möchte eine Reise machen und das ist vielleicht auch mal so der Dreh- und Angelpunkt, ne, man muss dafür nicht nach Timbuktu reisen, man kann dafür auch mal ein Wochenende wegfahren, vielleicht bist du gerade auch weg, ne, durch den Brückentag und den Feiertag, wie auch immer, oder hast allgemein jetzt Ferien, Ferien sei jetzt schon Urlaub, ne, kann alles sein und du sagst dir, das tut mir gut und das kriegst du hier auf jeden Fall auch nochmal hier oft mit den Karten mitgeteilt, dass das auch gut tun würde, wenn man mal rausgeht, wenn man aus der Isolation rausgeht, mit Sicherheit, wenn man mal eine Reise antritt, wenn man mal neue Erlebnisse hat, ne, das ist ja auch immer so, das Mindset wird dadurch auch gefüllt, ne, dass endlich, wir kriegen neue Inspirationen, wenn wir eine Reise machen, ne, und das kann auch klein sein und wenn ich einfach nur sage, komm, ich setze mich heute im Bus und fall in die nächste Stadt, die ich aber noch nicht gesehen habe, ja, dann ist das auch eine Reise, gibt uns auch ganz viel und löst uns hier auch von altem, von alten Gedanken auch, oder, ne, wir arbeiten etwas auf und können dann viel, viel mehr nochmal vorwärts gehen, weiter gehen und unser Glück dann halt auch mal zu leben. So, jetzt nehmen wir aber natürlich das Krafttier nochmal mit dazu. Hupsala, Diplomatie ist hier rausgefallen, meine Güte, in letzter Zeit wollen aber hier immer eigene Karten rauskommen, nicht von mir gezogen werden, aber ihr wisst, ich ziehe trotzdem noch eine Karte, noch eine Krafttierkarte, die lasse ich mir doch nicht nehmen, nur weil hier eine rausfällt. So, okay, so, dann haben wir die jetzt auch und dann nehmen wir natürlich auch noch eine Energiekarte dazu. Und dann schauen wir uns das Ganze mal hier an. Und da nehme ich uns heute diese hier. So, dann müssen wir hier mal alles wieder ordentlich machen, hier mit so vielen Karten. So, da haben wir einmal hier die Diplomatie, den Leoparden und schaut mal, was für eine Zahl da ist. Warum wollte wohl diese Karte noch mit raus? Die 33, der Sicherheitsschlüssel, hier nochmal. Diplomatisch drangehen, finde ich klasse hier mit dem Leoparden, ne. Wie gesagt, zweimal haben wir den Sicherheitsschlüssel. Also hier kann alles, egal, ich habe so viele Themen vorhin gesagt, alles, was ich gesagt habe, ne. Es geht in Bewegung, es geht vorwärts mit dem Sicherheitsschlüssel. Die alte Türe schließt sich und die neue öffnet sich, egal für welches Thema. Wir schauen aber das andere Krafttier noch dazu an. Und da haben wir die Ausdauer. Das passt auch so schön, das Kamel hier, mega. Ja, und ich habe euch vorhin gesagt, ne, das Schiff ist hier kein Intercity. Es braucht seine Zeit, aber es ist doch völlig in Ordnung. Wichtig ist, wir haben hier die doppelte Sicherheit. Was, ja, ihr wisst, das sage ich immer wieder sehr gerne, aber es gibt ja auch nie schlechte Karten. Wir lernen ja daraus. Wir haben einen Lernfaktor mit jeder Karte. Und das ist total klasse. Und das gibt uns auch Unterstützung und auch Hilfestellung, definitiv, wenn wir uns darauf auch einlassen. So, und wir haben die Diplomatie. Das heißt, wir können hier alles angehen, alle Vorhaben, alle Möglichkeiten, auch mit uns, aber auch im Außen, was ich euch vorhin gesagt habe, was es für Möglichkeiten hier gibt. Ein bisschen Ausdauer, aber das Schiff zeigt an, es geht vorwärts. Es öffnet die neue Türe. Zu wen, was und auch zu welchem Thema und zu dir selbst, was auch immer da sein soll bei dir. Geh da sachte dran, mit Diplomatie, mit Sachverstand, läuft alles. Schauen wir uns mal die Energiekarte noch parallel an. Der Neid, meine Güte, was ist denn das jetzt hier? Das schauen wir uns aber im Detail jetzt mal an. Ich bin wie alle anderen, nur bin ich vor meinen eigenen Herausforderungen gestellt. Ja, manchmal, also ich mag diese Karten so, so gerne, aber ich lasse mich immer wieder hier ins Boxhorn jagen mit dem ersten Schlagwort, mit Neid. Ich bin wie alle anderen, nur bin ich vor meinen eigenen Herausforderungen gestellt. Ja, ich nehme das Wort Neid jetzt ein bisschen weg. Für mich heißt es hier, was ich vorhin auch sagte, mit sich selbst Sachen auch klären und die eigenen Herausforderungen auch angehen. Neue Türen öffnen, vertrauen, dass Sehnsüchte auch bestillt werden, vertrauen, dass es in Bewegung geht. Hier, alles planen, machen, tun, mit Diplomatie, Sachverstand. Ausdauer müssen wir mitbringen. Und jetzt kann ich wieder das Wort Neid, auch ihr wisst, bei mir kommt es ja dann auch immer so, auch mit integrieren. Hier heißt es für mich erstmal mit dem Wort Neid, jetzt einfach nur mit dem Schlagwort, dass wir vielleicht vorher andere Menschen beneidet haben, weil sie ihren Weg gegangen sind, weil sie endlich rausgehen konnten, weil sie sich nicht mehr isoliert haben, weil sie einen neuen Job angefangen haben, weil sie sich deswegen auch beworben haben, nicht aufgegeben haben, hier die Ausdauer bewiesen haben, 100 Bewerbungen geschrieben haben, weil sie lange Jahre ihre Selbstständigkeit geplant haben oder jetzt endlich ihren Traum auch in Bewegung setzen, was die Selbstständigkeit betrifft oder halt den Umzug, was auch immer. Und deswegen ist hier auch vielleicht nochmal für uns die Karte als Spiegel Neid, dass jetzt endlich Schluss damit ist. Wir müssen niemanden beneiden, wir müssen selber ins Machen und Tun kommen. Und dann kommen wir in die Bewegung, wenn wir Ausdauer haben. Wir haben jetzt zweimal den Sicherheitsschlüssel, zweimal, dass die neue Erfolgstüre sich öffnet. Und dass wir Altes, und das ist jetzt total egal, ob Altes gut war oder schlecht war, dass wir das in Anführungsstrichen abschließen können, das Kapitel. Und wir machen ein neues auf, wo wir glücklicher werden. Heißt nicht, dass wir vorher unglücklich waren, aber jetzt werden wir noch glücklicher. Aber peu a peu, Vertrauen ist auch hier ganz viel mit dabei oder sollte mit dabei sein. Und deswegen lassen wir das hier raus. Ich bin wie alle anderen, ich habe genau die gleichen Chancen. Und jetzt sagt nicht, nein, ich habe nicht die Ausbildung und ich habe nicht das Geld und ich habe nicht nur dies und jenes. Nein, das ist wieder Negativität. Das nimmt raus. Informiert euch. Wer kann euch unterstützen? Wie kann man euch unterstützen? Natürlich kann man nicht von jetzt auf gleich ein Imperium aufbauen oder was auch immer, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat. Aber peu a peu ins Machen zu tun, dann rollt ein Stein, geht ins Rollen. Es kommen ganz viele kleine weitere Steinchen, die ins Rollen gehen. Und so kommt unser Glück auch. Es kommt in den Fluss. Und das wisst ihr selber aus eigener Erfahrung. Wenn ich einen Anstoß gebe, dann kommt auf einmal ganz viel. Aber wenn ich immer im Stillstand bin, in der Stagnation, dann kann ja auch nichts kommen. Wo soll denn eine Veränderung kommen? Wo soll dann weiter was fließen? Und deswegen, ich bin wie alle anderen, ich habe die Möglichkeit. Nur bin ich vor meinen eigenen Herausforderungen gestellt. Genau, und das ist der springende Punkt. Bei mir geht es halt peu a peu, bei mir geht es vielleicht langsamer. Ich habe andere Kompetenzen, ich habe anderes Know-how, ich habe andere Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten. Anderes Mindset, andere Glaubenssätze, die mich auch noch belasten, vielleicht auch stoppen. Ist so. Wenn es einem bewusst wird, dann weiß ich aber, dass ich peu a peu trotzdem meine Sachen machen kann. Und ihr werdet sehen, ihr werdet immer dafür belohnt, wenn ihr in die Veränderung geht, wenn ihr vorwärts geht, wenn ihr weitermacht. Nicht aufgeben, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Immer. Natürlich gibt es immer einen Prozess, wo man auch mal in sich geht und mal traurig ist. Aber dann bitte weitermachen. Hier, doppelten Sicherheitsschlüssel haben wir hier. Ihr Lieben, falls ihr einen Brückentag habt, wünsche ich euch einen zauberhaften Brückentag. Und natürlich morgen auch einen ganz tollen Feiertag. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die morgen am Feiertag auch arbeiten. Für euch danke ich auch, also wenn ich jetzt von Deutschland ausspreche, euch danke ich auch, dass ihr morgen auch arbeitet. Dafür habt ihr mit Sicherheit am anderen Tag frei. So ist nun mal die Aufteilung. Genauso wie bei mir auch, bei den Selbstständigen, die dann auch mal sieben Tage arbeiten. Und sich dafür dann auch mal einen anderen Tag in der Woche, wenn sie was Schönes vorhaben, sich auch mal freinehmen können. Das ist alles so eine Rotation. Jeder plant das auch für sich und macht das auch. Und ich denke mal, da kann jeder seinen Kompromiss auch mitmachen. Und irgendwann mal gibt es auch wieder Me-Time bei euch. So, dicken, dicken Mega-Drücker. Danke, dass ihr hier seid. Ich freue mich über den Daumen hoch natürlich sehr. Auch über private Buchungen und kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Orakel hier wieder ganz bald. Bis dann. Tschüss.